Was geht ab meine Überlebenskünstler und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Daisy Diaries. In dieser Folge befinde ich mich momentan in Lopatino, das ist links neben dem Airfield. Ich bin kurz vorm Verhungern, aber Gott sei Dank bin ich nicht alleine unterwegs, denn meine Gruppe ist schon auf dem Weg zu mir, um mich mit Nahrung zu versorgen. In dieser Folge werde ich nicht nur von Wölfen zerfetzt, nein ich werde von Zombies fast totgeschlagen, und wir hatten einen Schusswechsel und wofür? Genau, um eine Base zu raiden auf dem Airfield. Ob wir das geschafft haben oder nicht, das seht ihr in dieser Folge. Und jetzt geht's los mit dem Video. Let's go! Ich bin bei, ich bin hinter dir. Okay. Ja, ich sehe die anderen auch. Komm vorsichtig, Zombie hinter dir. Ja, ich glaube meine Lebensretter. Hey, das sieht aber nicht so friendly aus, ne? Hey, Hands up, man. Ja, du brauchst Multis unbedingt, oder? Nee, rein drücken. Echt nur irgendwas zu essen. Weil es blinkt und blinkt und blinkt. Warte, warte, lass mich einfach nur reinknallen. Oh Gott, nein. Nee, nee, warte, warte, warte. Ich mache das. Ich mache das, warte. Easy peasy. Jetzt machen wir einmal den hier. Oh. Nice, danke. Ja, ich habe kein Problem. Ja? Ja, ich habe kein Problem. Oh ja, der kann nichts mehr in die Hand nehmen. Warte, 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 warte. Lass mich ganz kurz hier was reinknallern. Egal, ob ich anfange zu kurz. Eigentlich dürfte nicht passieren. Ist direkt, wenn du dann... Na, eigentlich nicht, na. Jetzt gönne ich mir den scheiß Wurmen hier noch. Nee, geht auch nicht, okay. Kann man gleich wegschmeißen. Ich brauche deine Granate. Nee, ich mache ganz kurz einen Relog. Die beiden, an beiden Schweine Steaks hier siehst du nicht, oder? Nee, die sehe ich nicht. Da ist ein Tierfett. Tierfett sehe ich auch nicht. Musst du wahrscheinlich füttern mit. Nee, sehe ich auch nicht. So, warte, ich fütter dich mal mit Tierfett. Ja, nice, Leute, perfekt. Vielen Dank. Geil. Okay, ich bin white, ich bin white. Perfekt. Egal, warte, ich gebe dir bis zum Ende. So, perfekt, liebe Leute. Wir sind wieder back in business hier. Ich würde sagen, dass wir jetzt alle noch mal schnell einen Relog machen oder W3 zumindest hier. Ja, habe ich mir schon auch gerade gemacht. Ich habe noch eine Mosin. Ich habe noch eine Pumpe. Ich habe noch eine USG. Ich habe eine Kast. Die würde ich aber gern selber benutzen. Ich habe noch eine CR. Ich habe genügend Magazine für... Jetzt lass mich nicht lügen, warte, da muss ich selber kurz drauf gucken. Das ist mir egal. Einfach nur irgendeine kleine Handfeuerwaffe. Oder du gibst den Colt-Magazin, da bin ich auch schon zufrieden. Was auch immer du willst, ich kann ja auch eine... Hast du eine Pumpe, ja, oder? Nee, nee, ich habe den Karabiner. Repetierte Karabiner. Ich hoffe, ihr seht hier. M-Clock 91. Ich habe den einen Kollegen schon 30 Muni gegeben. Ich kann noch 40 trocken. Ich hatte über 100 Muni oder so, über 120 Muni. Ja, wenn du es gar nicht brauchst, klar. Hier, ich habe jetzt noch für mich 60 Muni. Hier habe ich noch 40 gedroppt. Ich hoffe, ich sehe das, ja. Perfekt. Hier vorne. Dann kann ich noch ein Mac voll machen. Und dann würde ich sagen, sind wir vorbereitet für ein Base Trade, oder was? Auf jeden Fall. Ich hoffe auch mal, ne? Ich habe Dachs, Metallsäge, Samststüssel. Ich habe zwei Beile. Ah, unten lag auch noch eins. Ich weiß nicht, hat das einer von euch eingesammelt? Nee. Okay, dann nehme ich das noch mit. Aus so einem Schuppen hatte ich eins genommen. Nee, das lag unten direkt auf der Straße. Hm, Speedy ist ganz langweilig. Ah, nee, nee, ich habe hier... Das ist ein Tick. Das ist so sein Hobby. Kann gut Schlösser knacken. Ein Knacker, ich wollte gerade sagen hier. Ein Weile auf die Schnellbeiste. Sieht super friendly aus. Ja, ne? Mach mal nicht so, musst du sagen. Kommt so. Hi. Gut, wollen wir los, oder was? Was ist denn hier mit der KSU? Die kann er mitnehmen, oder? Ne, die habe ich schon in der Hand. Ah, okay. Alter, ich dachte, der Zombie ist die ganze Zeit ein Kollege von uns. Das hätte ich so lange gemeint. Let's go. Let's go, oder? Wo genau auf dem Airfield ist denn nur... Das ist auf der rechten Seite. Da wo Krishna ist. Das ist rechts neben dem Tower und dem Gefängnis. Ah, dann Richtung, Richtung... Richtung Freude. Genau, da... Da ist auf jeden Fall... Wie heißt das? Ähm... Der Tower und der Gefängnis sind nebeneinander. Ja. Sechs daneben sind Garagen, ne? Da bei den Garagen ist ja... Ist die Wegs. Ach, in dieser großen Halle, oder? Äh... Da sind vier Garagen abgebildet. Mit... Und... Und eine Baracke... Und eine Baracke... Und eine Baracke... Äh... Barackenzeichen. Ja, dann ist das beim Tech-Gebäude. Äh... Wenn wir dort Friendly schaffen, dann seid ihr Friendly-Könige. Also ich denk mal, wenn... Wenn wir es schaffen... Wenn wir es schaffen, an die Base ranzukommen und wir an der Mauer stehen. Sodass die nicht uns up-aimen können. Ich glaub, dann können wir es mit Reden vielleicht regeln, Leute. Können's mal versuchen. Wie läufst du denn da rum? Guck's hoch, oder? Was ist das denn? Wie machst du das denn? Du willst es werfen, oder? Ne, ne. Ich ziel einfach nur mit der Spitzakko der Spaltax. Dann guckst du ganz nach oben und läufst. Boah, wie bist du da oben hochgekommen? Die beide. Boah, Alter, wie schwindelst du. Der eine schwebt, der eine schwebt. Das sind die absoluten Glitscher hier, hm? Guck mal, ob wir in diese Base kommen. Guck mal, du musst einfach nur JTG springen. Zack. Da muss mal einer auch so in die Base glitschen, ey. Ich renne jetzt hier kurz in die Baracke rein, was sonst. Aber so schnell geht das doch gar nicht. Und Menschenfleisch. Gibt er bei dir da was? Ja. Ich habe hier noch eine Blaze, ich habe hier noch eine Mosien mit Zielvisier. Oh, nice, ja. Kannst du noch die mitbringen? Bist du durch den Wald in die Baracke? Ne, ich bin gerade übers Feld. Da wo das Fußballfeld da davor ist. Das kleine Fußballfeld. Wir kommen da mal ein... Hat die Blaze ein Visier? Ja, beide Visier, also Sniper-Visier und die Mosien hat ein kleineres Visier. Und da lag noch eine USG oder eine Dinger. Bin nur dran vorbeigerannt. Wenn du mir die Blaze mitnehmen könntest, wäre ja richtig top. Ich kann sie da auch einpacken müssen. Oder du. Weil er ist ja eh schon so vollgepackt. Ich habe hier ein Nachtsichtgerät gefunden und eine Batterie noch, halbe. Wir wollten uns hier in der Baracke noch einmal kurz frisch aufpäppeln, um natürlich vollgestärkt an die Base ranzukommen. Leider wurden wir von einem gegnerischen Team erfasst und wir wurden erschossen. Wir spawnen einfach neu und versuchen trotzdem wieder in Richtung Airfield zur Base zu kommen. Ich bin ehrlich, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Die müssen bluten heute. Egal wer da blutet heute, das spielt keine Rolle. Ich hoffe eigentlich gerade die ganze Zeit, dass mir irgendein Scheiß-Zombie jetzt mal was droppt. Aber auf dem Server lassen die Zombies wohl gar nichts fallen, oder? Also ich muss sagen, ich hatte einen Zombie eben, der hat mir ein NSG-Kopfband und Munition getroppt auf einmal. Aber da habe ich erstmal nachgeguckt, ob ich auf dem Office-Server bin und nicht auf dem Community-Server. Also gratis echt low. Also ich habe Handschellen, falls wir jemanden wirklich fesseln wollen. Und ich habe eine Granate, das war's. Und die BK-18 halt. Oh, Gnades habe ich auch ein paar einstecken, zwei oder drei. Ich habe eine KAS, aber ohne halt Ding, ne? Ja, ein Magazin habe ich für dich einstecken. Nur das Magazin fehlt halt, ja. Ich gehe jetzt mal Green Mountain zu dem Jägerdörft hin, vielleicht finde ich da einen PU-Skop. Oh, ich bewege mich gerade mal erst in Richtung Gorka. Vor allem hier war echt mal eine Base, ne? Die hatten echt die ganzen Eingänge zugebaut von Nishina. Hey! Was ist das für eine Ziege, bitte? Egal, ich nehme den auseinander, nehme das Fett mit, nehme das Fleisch mit. Wenn es sein muss, mache ich mir auch ein kleines Lagerfeuer. Kleines Update, liebe Leute. Ich habe jetzt hier einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, weil auf dem Weg bis zum Airfield einfach nichts Spannendes passiert ist. Aber ich wurde von Wölfen angegriffen, mich hat ein Zombie halber totgeschlagen und ich habe gemerkt, dass ich keine Bandagen habe, um meine Blutung zu stoppen. Ich musste wirklich in ein Haus reinrennen, um eine Hose zu zerschneiden, aber letztendlich habe ich es geschafft, zum Airfield zu gelangen. Oh je, das fängt ja nicht gut an. Stehe ich nicht vor dir jetzt? Jetzt schon. Jetzt bist du wieder am Teleportieren. Da vorne bist du doch. Oder? Ja, ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Halt, warte mal, bleib mal stehen. Halt, bei mir teleportierst du rum. Ja, bei mir auch. Ah, gut. Komm. Erstmal hier in den Wald rein. Leute, wir haben uns endlich gefunden. Wir leben alle. Ich versuche mal zwei gleich. Hier, warte. Wir können von einem Waldstück direkt reingucken. In die Base. Ja, das Problem ist halt, wenn da oben echt Sniper sitzen, müssen wir da halt echt vorsichtig ranpirschen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja gut, dann müssen wir hier lang jetzt, wo du herkommst. Da wird doch geschossen direkt. Ja, da hinten geht's ab. Ja, da hinten geht's ab. Weiger. Wie gehen wir mit anderen Spielern um? Feindlich? Friendly? Ja gut, ich denke nicht, dass welche Friendly sind. Friendly läuft dir schlecht. Okay. Also alles Niedermain, Leute. Ja. Müssen wir gucken. Müssen wir. Ich sag mal, hier im Murphy kannst du das nicht, ey. Glaub mir. Ja gut, wenn die versuchen mit uns zu reden, wir sehen's ja dann oben. Ja, genau. Und wenn wir dann Zeit haben, dann ist ja gut. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt jetzt. Und ist das eine riesen Base oder ist das einfach nur eine kleine Schlichte auf dem Dach oben? Ein Turm war da. Ich hab's auch nicht richtig gesehen. Aber ist schon alles ausgebaut. Sieht nicht, Herr Wiener. Und das Problem ist, ich hab auf jeden Fall beim Einloggen gesehen, dass da mehrere Kisten rumgetragen wurden. Oh, wartet kurz. Ich muss ganz kurz was essen, Jungs. Ja. Ich klatsch mir nur ganz kurz Fett rein. Ach shit, ich hätte zuerst Antibiotika nehmen sollen. Egal, gucken wir mal. Kann ja sein, dass wir gar nicht so lange leben. Nicht so denken, bitte. Das hat wirklich schon Mark. Okay, bin ready. Oh, hier steigt die Spannung. Ich würd sagen, liebe Leute, jetzt drehen wir mal ein bisschen die Musik lauter. Ja, genau. Da müssen wir halt jetzt aufpassen, Leute, ne? Hier ganz vorne hab ich gekämpft und geguckt, was da abgeht. Okay. Jetzt hat die Frage, wie wir's machen. Also auf das Tech-Gebäude werden wir wahrscheinlich gar nicht kommen. Das ist ja nur diese eine Leiter. Da wirst du ja gar nicht hochkommen. Was wir machen können, ist, wir können uns versuchen, unten reinzuschießen, falls es möglich ist, und dann wirklich versuchen, mit denen zu reden. Oh, krach. Aber ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben zu reden, ne? Ja. Reden tun die bestimmt nicht. Ein bisschen weiter nach links. Ja, find ich auch. Ach nee, die haben auch nur halbe Zäune oben, damit sie runterschießen können, ne? Ja. Äh, ich seh bis jetzt nur die Leiter da. Also die Treppe von dem Plateau, was man bauen kann. Mal gucken, ob er sich... Da piekt gerne raus, ne? Da es in diesem Moment dunkel wurde, dachten wir, wir warten die Nacht ab. Wir wollen diese Base auf jeden Fall am Tag raiden. Deswegen sind wir zurück zum Prison und haben dort die Nacht verbracht. Aber die eine Wand da, die da jetzt über das Haus drüber, gell? Das ist ein Tor. Das setzt auf jeden Fall. Oh, okay. Okay, also erwartet uns da auf jeden Fall jemand. Sollen wir erstmal rote Lagerhallen vor, langsam? Ja. Okay, let's go. Ich geh mal vor. Ja, bin auch dabei. Aslan, wir sind vorne an den roten Hallen. Okay. Ich glaube, ich habe was in der Halle gehört, oder? Zombie. Ach. Nee, nee, pass, pass, pass. Ich mache es mit, Faust. Ganz vergessen, dass es hier Zombies gibt. Hast du einen besseren Blick drauf? Ja, gell? Wir haben mir eine Nachricht geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Äh. Kann ich nicht, äh. Warte, ich lese mal vor. Noxchivu. Also, N-O-X-C-H-I. Ja, komm, lass. Abstand C-U? Fragezeichen. Noxchivu? Was ist das für eine Sprache? Ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache ist, ey. Hört sich gar nicht nach Englisch an, oder sowas. Irgendwas anderes. Und es ist nur eine Anime-Figur dran. Ja, man sieht die auch so, wenn die raus sind. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ist ja der kleine Garagenhaus, ne? Ja. Hier wurde auch schon gebaut. Ja, bin drin. Hier liegt auch noch genügend Sturmweste und Muni, AZP. Let's go. Genau. Aufpassen auf Minen. Ich geh über die Garage. Bin drin. Bin auch drin. Ich guck grad nur auf die Treppe. Komm von hinten. Okay, jetzt sind wir schon mal drin. Astlan, seid ihr schon so weit gekommen? Nein, wir wurden hier abgeschossen. Ah ja, siehste. Wir regeln das jetzt, du wirst sehen. Also hier, guck, einer ist abgeschlossen, wobei er hier reingelaufen ist. Hier. In die Halle. Ich wohne hier, ich wohne vor dem Gebäude geholt von einem Sniper. Ich bin im ersten Stock. Der erste Stock ist safe. Ich bin im zweiten. Aufpassen auf Minen. Auch safe. Nice. Jetzt kommt schon, okay, jetzt kommt schon die Leiter. Jetzt ist natürlich spannend, ob... Es gibt die Deckung. Wenn die nicht starten, müssen wir die töten, wenn die kommen. Ich geh direkt hoch. Bist du oben? Hier ist alles leer, alle Holzkisten. Hier ist nicht mehr gewohnt. Nein. Doch, hier ist noch ein bisschen Stuff. Nee. So, liebe Leute. Da haben wir halt mal kurz eine Base geradet. Und auch hier sind noch Schuhe drin. Das war ich. Muni ist noch da. Das sind alles Tore hier gewesen, ne. Da unten... Da unten... Da unten... Warte mal. Der Zack hat grad Agro gehabt. Warum? Der rote, da unten. An dem Ölcontainer. Der ist grad gerannt. Warum auch immer. Wo sind meine Waffen? Meine M4 und La und von meinen Kollegen auch. War weg. Haben die da... Haben die da irgendwo vergraben oder was? Hm, könnte sein. Die wurde ja hier schon entweder halber zerrissen oder... Nichts fertig gemacht. Vorgestern waren die ja noch hier. Ja. Wenn das dann alles... Gestern die Ballereien nicht von der Base ausgingen... Dann ging es hier ja richtig ab am Erfel. Das habe ich ja seit langem nicht mehr so gemacht. Ja, gut. Vielleicht waren die aber auch hier. Weißt du, vielleicht haben die das gleiche gedacht wie wir. Boah, da oben geht was. Komm, lass mal raiden. Aber dann waren dann andere, die dann noch dazu gestoßen sind. Weißt du? Ja, ich sag ja vorgestern... So wurde ja hier an der Base gefeiert auch. Ich dachte, das sind die gleichen Typen, die uns letzte Woche geholt haben, ne. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns letzte Woche die Leute zweimal geholt, ne. Wir waren zweimal vier, ne. Also ein Vierer Squad. Wir sind dahin gekommen, gestorben gegen die. Wir waren alle voll equipped mit M4 und Lars. Haben uns wieder voll equipped, weil wir ja Sachen gehortet hatten. Mhm. Jetzt ist alles weg. Also das waren auch wieder die gleichen, die uns umgebracht haben. Das war letzte Woche, ne. Und ich dachte, bis vorgestern waren hier immer noch mehrere oben. Könnten die gleichen gewesen sein, oder? Andere, ne. Die, die umgebracht haben, kann auch sein. Ja. Gut, das ist schon interessant. So ne... Ey, ich hätte da voll Bock drauf, ne. Ja gut, ich würde sagen, wir warten nochmal fünf Minuten. Ja. Ja. Dann laufen wir halt mal ein bisschen rum auf dem Erfield, oder? Oh, Rackenstand. Alter, mein Hetz. Ich mach Zielübungen. Und ich treff einfach nichts, verdammte Scheiße. Ach jetzt. Also, ich bin mit dem Sniper nicht so geübt. Nachdem natürlich hier niemand in der Base anzutreffen war, wollten wir weiter zur Zeltstadt. Und da ist leider etwas passiert. Okay, let's go. So Base, ich wünsch dir noch einen schönen Tag. War schön. Wir sehen uns wieder. Handschaff zu machen. Und dann kannst du noch, ich mag das immer von hier oben, und dann kannst du direkt auf die Wege runter snipen. Komm auch weiter rechts. Ist gut. Ah ja, warte mal ganz kurz. Da hinten hinterm Truck. Ah ne, ich glaub das war ein Zombie. Ja, war ein Zombie, war ein Zombie. Da ist auch ein Zombie mit Sturmrucksack. Ja, ich glaub wir sind hier lonely, oder? Ja. Ich pushe jetzt einmal kurz durch, bis zur, bis zur Waldlichtung. Ja. Ich bin auch auf dem Weg. Ich bin jetzt da, wo, wo ein neues erschossen wurde gestern. Hier liegt einer. Wo? Ich bin tot. Da liegt einer da, wo wir waren. Ey man, er liegt da, wo wir gespottet haben als letztes. Da ist doch, wenn du von der Zeltstadt hoch guckst, ist doch dieser Freiraum linksen Wald und rechtsen Wald. Ja. Da ist der Freiraum mit Wiese und er war rechts in dem Wald direkt vorne in nem Busch. Muss der hier direkt vor mir sein. Hatte der was Blaues an? Ne, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich, blauer Rucksack bin ich. Patrouillen-Kleidung. Der kommt zu dir, oder? Nein, nein, das ist Zombie. Boah. Oh mein Gott. Der Zombie hat auch Patrouillen-Sachen an. Wenn er jetzt kommt, bin ich tot. Kipp um. Bitte kipp um, Zombie. Er traut sich nicht, weil er hat uns auch gesehen. Ich bin... Ja, rechts. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Der kommt zu dir, ne? Hat Hits, hat Hits. Der ist genau rechts gegenüber. Der ist genau gegenüber von mir. Ich push rüber. Ich push aber... Ich push von weiter links. Der könnte halt überall jetzt liegen, ne? Hier sind so viele Tannen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Der ist da unten am Busch. Ne, das bist du. Das bin ich. Oh Gott. Das bin ich. Okay. Der ist aber da lang gerannt. Der ist hier rum. Der ist ein Tanzapfen da hinten. Ja, 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 ja. Der ist hier, der ist hier wieder nach hinten. Na gut, der ist jetzt über alle Berge. Den kriegst du nicht mehr jetzt. Wo ist dein Körper? Wenigstens die Tundra. Scheiß auf die USG, aber... Es ist wieder... Wie der Monshot gewesen. Der hat alles gesnackt. Hat der alles gesnackt? Ja, ich nehme USG-Magazine jetzt noch mit. Deine Waffen hat er. Bist du das? Da ist einer. Blauer Backpack. Blauer Backpack. Im Busch ist der. Nein. Bist du im Busch? Nein. Grauer Busch neben den Tannen. Nein. Schieß. Schieß, das bin ich nicht. Ich laufe, ich laufe, ich renne. Du bist da nicht, ne? Nein, nein. Schieß, ich bin einer. Alter, ich noch. Ich bin tot. Tja, Leute. Was soll man dazu sagen? Ist auf jeden Fall mega, mega dumm gelaufen. Erst, dass Becks drauf gegangen ist und dass ich ihn dann nicht erwischt habe. Nun gut. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Liebe Leute, wir waren am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich über ein Dörfchen nach oben freuen. Abonnier den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.